Sie sagten ja bereits, Under Dimension würde kein neues Material veröffentlichen, aber dieses neuerliche Interesse an meiner Arbeit hat mir viel Inspiration gebracht. Das Resultat ist ein Manuskript, in dem John Russell Reise beendet wird und das sie interessieren dürfte. Es ist reflektierend und introspektiv, ohne jedoch die Spannung und die Sachselsamkeit zu vergessen, die die Leser von Under Dimension erwarten. Ich hoffe, Under Dimension könnte hierdurch vielleicht eine aufregende neue Richtung einschlagen. Auf alle Fälle bin ich dankbar, dass ich mich glücklicherweise geirrt habe und John Russells Abenteuer doch noch nicht zu einem Ende kommen mussten. Vielen Dank und beste Grüße, Terrence L. Creambeer. Okay, also kann er wieder schreiben. Klappentext, es ist fast 20 Jahre her, seit John Russell auf dem Verruf gefolgt ist. Zweimal hat er seinen Präsidenten das Leben gerettet, die Zukunft hat er so gut wie vergessen. Auch die Gefahr und die Spannung, die Zeit, als er von Bedeutung war. Als dann plötzlich, wie er nur allzu bekannte Riss in der Zeit vor seiner Nase entsteht und ein frühe Führungsoffizier herausguckt, ist über da keine Sekunde. Ist der Präsident in Gefahr? Nein, das Leben, das sie diesmal retten werden, ist ihr eigenes. Indiori jant, was ist hier für eine Tür? Hier geht's raus. Oder auch gar nicht. Nee, wir dürfen hier nicht raus, weiß auch nicht. Wo wir es machen werden, Geheimtür unter der Treppe. Letzte Vorbereitung abgeschlossen. Geheimtür unter der Treppe. Im Foyer. Hier hinten, links. Wir haben uns geglaubt, unsere letzte Nacht zusammen wäre unser glückliches Jahr. Und wir vergessen, dass morgen alles kommen wird. Wir haben es seit einigen Jahren gearbeitet. Wir hatten eine gute Zeit, um den Oscar zu sehen. Dann kamen wir zum Atik, um unsere Fotos zu schauen. Um einen für Lonnie zu finden, um sie mit ihr zu nehmen. Und wir schauen, um sie zu sehen. Und wir haben sie gesehen. Und ich wusste, dass sie alles in der Vergangenheit waren. Und da werden nicht mehr. Und ich wusste, was ich zu tun tun. Und ich warte. Und sie hat mich gehalten. Sie sagte, sie wusste, dass es schwer war, aber die Leben weitergehen würde. Ich sagte, ich wollte meine Leben nicht weitergehen ohne sie. Das ist dann, sie hat mich gehalten, auch. Ich war so entschuldig. Ich musste so schlafen wie so, in ihren Armen. In der Morgen, ich wunderte, und ich war endlich alleine. Irgendwie ist das ganz komisch. Ich verstehe nicht, ob sie Sams Texte redet, ob sie ihre Texte redet. Weiß ich nicht. Wir gehen natürlich nachher noch zur Geheimtür, klar. Sehr geehrter Herr Mr. Greenbrier, ich hoffe sehr, Sie erhalten dieses Schreiben. Bei bester Gesundheit verflucht ist das beinahe ein verdammtes Wunder, dass Sie es überhaupt erhalten. Haben Sie eine Ahnung? Wie lange wir schon versuchen, sie zu finden? Keine Angst, wir sind nicht die Bullen, die Männer in den Schwanz, in den Schwarz oder irgendwelche gruseligen Faschisten-Freude. Genau genommen sind wir auf Ihrer Seite, aber lassen Sie nicht von vorne anfangen. Another Dimension ist, was man einen Nischenverlag nennen könnte. Wir handeln mit seltsam, mit seiner Zeit voraussehenden, mit der Art des Verlorenen, aber nicht vergessen von einer kleinen, aber engagierten Gruppe von einem Stromhängenden, da draußen seinen Massenmarkt ablehnenden Werks, das nur aus seinen eigenen Bedingungen verstanden werden kann. Wir hatten seit unserer Gründung vor vier Jahren beispielslosen Erfolg, damit zeitlose Werke aufzustürmen und Christus oder besser Zombie gleich wiederzubeleben. Wie zum Beispiel einen Best-Mans-Nachricht der Schlangen-Schlangen-Menschen. Es ist in mir von Jens Keller und Emil Kriegers oft sensiertes Buch venusianische Fleischhändler. Aber seit wir ramponierte Exemplare ihrer ganz Normalserie bei einem Wultigkeitsbasar einer Kirche in Long Branch entdeckt haben, haben wir versucht, den Autor dieser seltsamen und düsteren amerikanischen Außenseiter Kunst zu finden. John Russell bei Tuck, freundlicher Versicherungsvertreter, aber bei des nachts rücksichtslose, gesichtsverändernder Soziopath ist genau die Art Vertreter, Friedensstifter, die das moderne Vorstadt Amerio verdient. Es ist unsere Mission, ihn wieder ins Leben zurückzubringen. Da ihr ursprünglicher Verlag, Michael Brooks, vor zehn Jahren pleite gegangen ist, wollen wir sie um die Genehmigung bitten, eine neue Auflage ihrer Werke zu drucken. Wir hätten von ihnen gerne ein neues Vorwort für die Bücher, die als brandneue Edition ein ganz normaler Retter und ein ganz normaler Geächteter erscheinen werden. Sie werden von Arno Dimension als limitierte Auflage produziert und direkt unter höchstanspruchsvoller Käuferschaft angeboten werden. Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammen auf die Reise zu gehen und ihr Werk wieder schreiend in die schwitzende Hände der arglosen amerikanischen Öffentlichkeit zu drücken. Es ist Zeit, starten Sie durch. Cuts. Okay, das war sein Angebot. So, das ist der Werk Garage. Kappe. Ah. Ah. Ich fragte Lani, was sie zu tun hat, um bereit zu werden, um für Basic-Trainien zu werden. Sie sagte, nicht viel, wirklich. Du kannst nichts mit dir bringen. Du hast keine Possessionen. Du hast keinen Kontakt mit dem Außerirdischen Welt, während du in Basic-Trainien. Du einfach trainierst hart jeden Tag, und dann deployst du von dort. Also, sie senden sie einfach weg. Zu wer weiß, wo. Den anderen Seite des Landes? Den anderen Seite des Welt? Mein Geist, wie kann ich es nicht processen. Sie wird wirklich weg sein. Gewalt. Gewalt. Sie ist weg. Eigentlich müsste man die ganzen Texte an dem ganzen hintereinander nochmal weghören zum Schluss. Um die Reihenfolge zu haben. Mhm. Du siehst dezent fertig aus. Mhm. Schlitz euch, ne? Meine Augen brennen auch schon den ganzen Tag. Willst du dich sonst ausklingen, dann mach ich ja noch weiter. Nein. Okay. Vielleicht würdest du ja noch... Wieso weitermachen alleine? Ja, weil deine Augen ja weißt du vor allem. Ich weiß heute wegen Sivecam. Ich glaub nicht, dass hier noch so viel dann kommt. Meine Augen fallen nicht zu. Sie brennen. Ich sag ja nur, dass sie knallrot sind. Also... Ach, sie sind schon rot. Sie sind halt vor allem ganz klein. Kleine Schlitz-Einlegen. Mhm. Wir haben auch noch Zahnstaucher in der Küche. Sam, deine Mutter und ich sind vom 3. bis 7. Juni für ein verlängertes Wochenende nicht da. Wir wollen unseren Hochzeitstag feiern und kämpfen in der Schlucht. Aber wir rufen dich an, wenn wir wieder auf dem Weg zurück sind. Entschuldigung. Die Handwerker haben die Küche immer noch erst halb renoviert. Wenn man nicht alles selber macht. Auf dem Tisch liegen 40 Dollar für Pizza. Sei brav, Dad. Moment. Suchst du jetzt das Geld für die Pizza? Ne, da steht die Pizza. Ah, das Geld ist weg. Okay. Gut. Wir haben jetzt den Bereich erkundet. Das heißt, wir gehen jetzt zurück in den Hauptraum. Genau. Dann nach links. Dann gehen wir in diesen versteckten Raum, wo wir noch nicht reinkamen. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Besessenheit und Exorzismus. Das übernatürliche Einwirken und unnerwünschte Geister befreien. Na ha. Ein Schlüssel. Dachbodenschlüssel. Und natürlich wieder ein Tür. Das Sonnensicht in diesem Haus ist das schadeste, was ich je gesehen habe. Ich will nur schlafen. Wenn ich in der Atik bin, fühle ich mich, als ob Lonnie hier noch hier sein könnte. Sie ist nur nach unten. Ich warte, dass ich sie auf den Hatch rauskomme und rüberkomme. Vielleicht gehe ich in der Atik. Und warte. Wahrscheinlich wurde dieser Geist gerufen. Ja, wer ist das? Haben die nicht so etwas von gesagt von den Verwandten? So, wir haben jetzt die Möglichkeit zum Dachboden zu kommen. Und wo war denn der Dachbodenanschluss? War der hier? Da oben ist ja noch ein Durchgangszimmer. Ein Zimmer kam aber nicht rein. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war ja das Schlafzimmer von den Eltern. Wir müssten jetzt links und dann da vorne schräg rechts. Da müsste noch eine Tür sein, wo wir noch nicht durch sind. Ach, da hinten. Guck mal. Stimmt, ja. Wir sind hier irgendwie vom Thema abgekommen. Wir waren hier nämlich noch gar nicht drin. Wohnzimmer. Es gibt viel Musik. Also, schön. Leistungsbewertung für Richard Pettermarff. Ranger Pettermarff war von der Unterübersetzung unersetzbaren Wert während der Vorbereitung und Durchführung des kontrollierten Brands. Ich bin der Überzeugung und seine Erfahrungen und Hingabe waren die entscheidenden Faktoren, die den Erfolg sehr äußerst komplexen und schwierigen Unternehmungen ermöglichen. nach der Meinung der Mitarbeiter von Flint Love Forest ist Srix Mitwirkungen bei den täglichen Einsätzen essentiell für den anhaltenden Erfolg bei der Einrichtung geworden. Aus diesem Grund werde ich offizielle Formulare einreichen und um seine permanente Versetzung an diesen Standort ersuchen. Okay. Vergiss dein Kostüm, ist dein mit Schlauern Spreimings. Okay. Gott. Between two songs, Lonnie leaned over and said, How do you like your first show? I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Genetisch. Okay, wir holen mal kurz drüben eine Musik rein, dann gehen wir mal ins Nachbarzimmer und schauen uns das nächste an. Damit es nicht ganz so laut ist. Okay. Die Wunder entscheiden ein bisschen für's dem. Mal gucken, ob man die zusammenfliegen kann. Lonnie, heiliger Bimbam, ich war in der Bibliothek und da ist mir etwas in die Ecke aufgefallen und da habe ich einen Geheimgang gefunden und da war ein krusiges altes Zeug von Oskar's Wind. Oh mein Gott, das muss ich sehen. Wir schwänzen die sechste. Hatten wir den gucken geschehen? Wo ist der? Hier. Der ist neu. Okay. Tappt, Naleca und erster Offizier. Dein Kostüm, mein Kostüm. Okay, jetzt haben wir uns nicht fest. Dankeschön. Kannst du da wieder rein, Friebund? Warte. Okay. Sollten wir uns gleich mal da hoch? Genau. Sam's Darkroom, do not enter if red lights are on. Machen wir jetzt aber. Soll ich wieder rausgehen? Ich glaube nicht, dass die rausgehen. Mistelzweig. Sam, ich werde nie vergessen, was wir hatten. Bleib stark. Zeig's allen. Ich liebe dich, Lonnie. No. Kick-Ass. Dann haben wir uns geholfen. Oh mein Gott. Katie. Ich schaufe in der Atticke. In Lonnie und mein altes Spot. Und ich verletzte die ersten zwei Begriffe. Ich habe nur noch nicht verletzt den dritten Begriffe bevor die Maschine getrennt. Und es war Lonnie. Auf einem Payphone. Ich bin auf dem Bus zu Basik. Und sie sagte sie nicht, sie konnte nicht denken, dass sie nicht mehr von mir und mir und uns. Und sie konnte nicht durchgehen mit dem Armee. Und die Armee und being apart. Und all of das. Und so sie fuhr aus dem Bus in Salem. Sie sagte, Das ist auch ein cooles Bild. Jetzt hatte ich wieder das Gefühl, dass sie... Erst dachte ich, dass wir jetzt Blödi von der Stimme werden. Also von der... Wohin halt. Ja, jetzt war es eher mehr mit der Sam. Sam, ja, das habe ich dann... Oh. Es geht ganz langsam auf. Und zwar dunkel. Ich liebe dich so much, Katie. I'll see you again. Someday. Love, Sam. Und wir sind... Ich blende uns mal kurz aus. So I'll do it first, so you won't see me. Ich bin auf und ich fühle mich. Ich bin auf und ich fühle mich. Ich bin auf und ich fühle mich. And I want to walk away If you want to go, just go, just go, just go, just go And I want to walk away If you want to go, just go, just go, just go, just go And I want to walk away So much love Chips and thrills It's not what I can fly about I can't if I get off the ground I don't know what else to say I don't want to push you away I need your help today I can't get off the ground today I can't get off the ground today Und damit sind wir theoretisch durch mit in Gun Home Wir haben ja noch diesen einen Raum Ist jetzt die Frage, ob wir uns den nochmal anschauen wollen Der jetzt noch aufgeploppt ist Ich weiß nicht, wie viele Räume jetzt noch da waren Die wir uns noch nicht angeschaut haben Wir können das jetzt ja Ich würde jetzt nochmal kurz auf Fortsetzen gehen Und dann dieses Ding halt Briefe an Caitlin Also es scheint ja so Dass wir sind Caitlin, klar Und dass wir von Sam Immer in Sams Richtung reden Also weil Sam uns irgendwie Briefe hinter Lag das vorhin da auch Katie, warum das wollten eigentlich für den Sommer Ja Okay, ich gucke nochmal Haben wir hier noch ein Zimmer übersehen? Nein, hier haben wir alle Weil wir haben unten noch den einen Raum Den würde ich uns nochmal anschauen wollen Wenn ich weiß, wo es runter geht Ansonsten können wir ja schon mal so ein Resümee ziehen Wie wir das Spiel fanden Willst du anfangen? Ja Also es war tatsächlich von der Ähnlichkeit her Sehr wie Edith Finch Wobei Edith Finch war abwechslungsreicher Und äh Es war abwechslungsreicher, ja Und es war halt ein reines Erkundungsspiel Die Story, ja Ist nicht verkehrt Aber Insgesamt War es mir zu ruhig Dem kann ich zustimmen Also ich fand es jetzt auch sehr, sehr Trocken Kreuz nehmen Leister Und Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab Toll Hier ist es nicht Ah, den Durchgang kennen wir doch schon, oder? Ja Geisterhege, Aufzeichnung, Hauserkundung Versteckte Lagerfläche entdeckt Drei Bibliothek Flur Hier sind mehr Ich definitiv auch So, wir sehen uns Das ist ja das, was ich gerade meinte Hier Gucken wir also Aber Es stand halt bei uns auf der Liste drauf Okay, komm mal raus Okay Es war halt die Vorstellung irgendwie Interessanter als das Spiel jetzt selbst So, jetzt sind wir hier Hier muss ein Panel sein Oder wir stehen noch jetzt Ne, falscher Gang Wir gehen jetzt hier an die Ecke Und dann den nächsten wieder rechts Hier muss ein Versteck noch sein Das hatten wir Achso, das Das ist neu To To open Number 0 Warum was mit 0 Turn left And the number right To open Zuerst ist 0 Turn left And number To stack Turn right Turn Okay, das ist für den Spind Hälfte von Sam Spindkombination In den Rucksack gepackt Aha Seht es aber Finden noch mal bitte was Auf dem Anhänger steht Da Artig Brachbord Was haben wir hier Ein Stift Brauche ich nicht Hallo Hallo, wer bist du? Oskar Was willst du? Zurückkommen Das ist Oskar also Das ist das Switcherbrett Okay Ach, gerade hier ist ein Schatten Man nimmt Gut, das ist das erste Versteck Und das haben wir hier gefunden Gerade gemacht Wir müssen dann Ein Stockwerk höher Ist nichts weiter Aber ein Stockwerk unten Haben wir den Durchgang gerade gemacht Den Durchgang gefunden Hier ist was versteckt Und da ist was versteckt Das heißt, wir müssen das mal wieder runter Und dann beginnt die Geisterjagd Dann werden wir gejagt Von Oskar So Ja, also ich muss sagen Ich fand es auch relativ trocken Von der Storyline Ich probiere jetzt halt jetzt einfach Nur ein bisschen was alles mitzunehmen Damit wir die Zeit noch nicht Und zum Ende kommen Hier muss es sein Äh, zweiter Teil Vollständigen Kombination Für das Bänder In den Rucksack gepackt Der Himmel Zögern vorwärts Die Hand der Amazone Der Erste Offizier schrie Verändert hatte Er war nicht länger ein Mann Stattdessen Was sie sahen Waren die Augen Das Gesicht Das Haar Und die Hände Und der Körper einer Frau Noch immer in der Kleidung Des Ersten Offiziers Hot Volcanic Vielen lieben Dank Für 250 Bits Das kommt unerwartet Und vielen lieben Dank Schön, dass du mal wieder reinschaust Also You are welcome Thank you very much Ja Jetzt bin ich raus Ähm Das Haar und die Hände Und der Körper einer Frau Noch immer in der Erkleidung Des Ersten Offiziers Noch immer der Erste Offizier Ja, sie sprach Mit einer sanften Hellen Stimme Captain Die Königin der Amazon Sagt, sie ist nun eine von uns Die gehört uns Allegra zog ihr magisches Vorderlader aus dem Gürtel Und ihre Crew Machte sich die Schwerter bereit Allegra startete Die Königin Die Augen Sagt, das ist die Liebe Meines Lebens Und du kannst sie nicht haben Fangen am besten nochmal an Am Anfang Bei den Spielern Na klar Always have a great evening day Morning Thank you very much You too Äh Wir haben jetzt noch hier Jetzt haben wir noch das Arbeitszimmer Hinten auf der Rückseite Und zwar auf der anderen Seite Uns fehlt aber noch die Safe Kombination Die haben wir auch noch nicht Für den Keller Safe Das ist äh The Mistfest Plus Spächer Maidenhead Maidenhead Stiger Eintrag Dann gehen wir noch zwischenzeit nach oben There was only a futon Und was so close And was so close And whispered in my ear I really like you I just nodded my head And I really hope she could tell I really hope That she meant what I think she did I felt like a shook up can of soda ever since I hope we have the chance to talk before I explode I really like you I don't know what I must do the buildings in the dark Es war nichts falsch. Ich wollte nur sagen... Aber ich konnte nicht finden die Worte. Ich fühlte mich, als wäre ich going to cry. Aber ich war nicht so sad. Sie kam und stand neben mir auf dem Bett. Ich sah sie an. Lani... ...do you think... ...you... ...could ever... ...and that's when she kissed me. So ist doch schön. So. Ich sehe gerade, wir müssen irgendwie in den Keller runter. Und mit da noch eine Tür, die verschlossen war. Es stand doch irgendwo schon mal da hier. Genau da, zum Keller. Da drüben. Ja, da kommen wir ja dann hier unten an. Das ist ja dann hier Durchgang. Ja, aber links hatten wir ja auch schon. Ja, aber haben wir noch irgendwas? Eine Kellertür zu? Wir haben jetzt den Kellerschlüssel bekommen. Wir haben jetzt den Basement auf dem Anhänger. Wir hatten das. Dachboden hatten wir und wir hatten den. Und wir haben jetzt den Basement bekommen. Ja, dann geh doch einfach mal in den Keller und gucke. Ob da noch eine weitere Tür war. Ich weiß es halt nicht mehr. Wie kann man denn in den Keller? In den Keller kann man ja da rein. Da ganz links. Und dann wieder links rein. Jetzt bist du auf der anderen Seite. Da lang. Jetzt bist du auf der anderen Seite. Das ist ja auch schon ein Keller, oder? Nee, das ist noch nicht ein Keller. Das ist ein Keller. War hier aber noch eine Tür? Das ist jetzt das, was mich fragt. Weil ich habe ja doch keine Tür noch gehabt. Wo verschlossen stehen würde. Oder maximal die Tür hinten, die nach oben führt, oder? Die war doch zu. Ganz hinten am Schluss. Ich glaube, die Tür ganz hinten. Stimmt. Ja. Die war zu. Oh, jetzt aber nicht. Ich weiß, wohin die. Hey, wir haben die Tür aufgeschauen. Okay, da sind wir jetzt da. Da sind wir da. Da sind wir da. Da sind wir da. Da sollten wir alles gefunden haben. Das haben wir geöffnet. Das haben wir geöffnet. Hier waren wir drinnen. Ich glaube, wir haben jetzt alle Zimmer. Ich glaube, wir haben jetzt alle Zimmer. Durchgänger haben wir. Das haben wir geöffnet. Ja. Und der Abspann wird dann wahrscheinlich nochmal genau derselbe sein. Gehe ich von aus. Wir sind jetzt hier. Wir kommen. Was war das? Nach unten. Ach, das war der Weg hier nach unten. Gut, ich denke mal, da brauchen wir den Abspann nicht nochmal machen, weil das wird genau dasselbe sein. Oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir das mit Gunhome heute durch. Speichern und zurück zum Desktop.